Dienstag, 17. September, 21 Uhr, Jan, Truviv, Ariena, Ajax gegen Lille, 3 zu 0. An Ré, Onana, Jil, Herchmann, Edson, Afenes, Jali, Bin, Blind, Sergino Dest, Nikolas Tagilifico, Lisanro Martinez, Heikim Zikrisch, David Neares, Du, Son, Datik, Gui, Romes, Miki Magnan, Gabriel, Jose Fonte mit Melkalik, Du, Ma, Ki, O, Jod, Brak, Fik, Jonathan, Inkné, Renato Sanchez, Benjamin Ache, O, Pa, Ki, Zou, Mache, Viktor, Ozy, Maren, Jonathan, Bingba, 19.25 Uhr 19.25 Uhr